Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Klemmbaustein-Lyrik. Und ich erwähnte es ja schon bei dem Vorstellungsvideo, dass diese Fairground Collection, wie es jetzt bei LEGO heißt, beziehungsweise die Jahrmarktsets, eine ganz besondere Rolle für mich spielen. Es gab Zeiten, da wünschte ich mir quasi in jedem dritten Video, das ich auf dem Kanal veröffentlicht habe, dass LEGO endlich mal eine Achterbahn rausbringt, weil ich ja merkte, liebe beziehungsweise insbesondere Freizeitparks und da dann besonders die Achterbahn. Aber dieser Wunsch wurde mir vor einiger Zeit erfüllt, allerdings noch nicht mit Looping. Da hat LEGO jetzt nachgelegt und frisch, wie ich heute es von meinem DHL-Boten bekommen habe, dachte ich mir, zeige ich doch gleich mal das Auspacken und die ersten Bauschritte, wie sie bis heute Abend denn schon vollendet sind. Dass ich das Set heute hier schon zeigen kann, das liegt daran, dass ich es vorab von LEGO als Rezensionsexemplar bekommen habe. Kommen wir als erstes zu den Rahmendaten. Es sind 3756 Teile für knapp 400 Euro, Teilepreis von 10,64 Cent. Am 1. Juli erscheint es für die Vips, also wer die Punkte sammelt, für alle anderen dann ab dem 5. Juli. Aber ich glaube, die meisten, die hier zuschauen, werden wahrscheinlich am 1. Juli theoretisch die Möglichkeit haben, es zu kaufen. Wir sehen, wenn man möchte, kann man das Modell auch motorisieren. Da hat sich ein bisschen was verändert. Beim letzten Mal, als ich davon berichtete, sagte ich, ja, die Batteriebox sei nicht lieferbar. Das ist immer noch so. Damals, sprich vor zwei Wochen, war die allerdings noch im Angebot. Da gab sie irgendwas mit über 20 Euro. Jetzt ist sie weiterhin vorübergehend. Nicht auf Lager, kostet aber wieder 35. Ja, das ist, ich weiß nicht, ob es dann bis Anfang Juli soweit sein wird, dass man diese Batteriebox, die ja dann ständig den Motor, nämlich den L-Motor, der auch wiederum 35 kostet, mit Strom versorgt, dass der dann auch wieder zubekommen ist. Ansonsten dürften auch alle anderen Powered-Up-Techniken bzw. Hubs mit Motor, ja, ich weiß nicht, ob es schon zwingend ein L-Motor sein sollte, aber dass man dann schon da auch mit denen schon was werden kann, wenn man da schon was hat. Also sprich auch Control Plus, wenn man da entsprechende Technik hat. Und ich gehe davon aus, auch mit Power Functions müsste es noch irgendwie gehen, weil der Anschluss hat sich ja, was ans Gerät angeht, nämlich an die Achse, eigentlich nichts geändert. So, jetzt sieht man, was passiert, wenn ich das erste auskippe. Wir finden die höheren Tüten hier. Wir sehen da ein bisschen was Blaues, was Gelbes, wenig sonstiges Buntes. Also da ist wahrscheinlich tatsächlich nicht viel Buntes drin. Wo auch? Das ist ja dann Gestänge mit Schienen. Da könnte man sich nichts Buntes auch verstecken. Und dann gibt es noch einen zweiten Karton da drin. Immer wieder wird gefragt, warum ist da noch ein zweiter Karton? Damit das nicht alles in dem großen Karton verrutscht und dann rausbeult und alles kaputt macht. Deswegen haben sie da zur Verstärkung für den anderen Teil der Tütchen. Und in diesem Fall sind es dann die ersten, die dann sich in dieser Box befinden. Wenn man also anfängt zu bauen, braucht man erstmal nur diese Box, weil da befindet sich auch die Anleitung drin. Nochmal kurz zum Modell. Wer mein Vorstellungsvideo nicht gesehen hat, sei noch ein paar Infos gesagt. Das Modell wird dann 92 Zentimeter hoch, 85 Zentimeter breit und 34 Zentimeter tief sein. Und hat zwar ein Doppel-Looping, damit die Wagen aber da auch deutlich durchkommen, muss sie eben auch diese Wagen hochbringen über eine Art Fahrstuhl. Also nicht das Typische, was man sonst bei Achterbahnen hat, dass es so schräg hochgeht oder katapultmäßig losgeht. Nein, hier muss man mit diesem Aufzug gehen. Jetzt hatten beim letzten Video da schon einige dazu geschrieben, werden wir da eine Menge Schienen auch sehen. Auch neue werden wir gleich nochmal sehen, die zumindest in dieser Verwirbelung ich bisher noch nicht hatte. Und das ist wohl tatsächlich auch solche Aufzugsteile schon in Jahrmärkten und beziehungsweise in Freizeitparks gibt. Ich kenne vom Hansapark den Kerner, da gibt es das tatsächlich auch, dass es senkrecht in so ein Gebäude hochgeht. Allerdings geht man da sozusagen mit dem Rücken nach unten hoch. Also wirklich senkrecht geht es da hoch und nicht aufzugsmäßig, ja, dass man normal sitzend dann nach oben gebracht wird. Aber gut, das sind Kleinigkeiten. Kleinigkeiten weiß ich nicht. Für die einen ist es so, die einen sagen so, die anderen so. Hier sind die Aufkleber. Das ist vor allem was, was zum Beispiel das Schild betrifft und auch die Bildschirme, die dann in dem Wartehäuschen sich befinden mit den Bildern von den, ja, schon Minifiguren, die dann durch die Bahn gefahren sind. Wir finden am Anfang der Anleitung ein paar Infos über die bisherig erschienenen Modelle. Am Anfang hieß es noch nicht Fairground Collection. Den Fairground Mixer am Anfang, den fände ich immer noch mit. Sehr cool. Er ist zwar optisch nicht das Highlight, aber das Coole ist an dem, und das fand ich so cool damals, dass man den so zusammenlegen kann, dass er wie beim Jahrmarkt dann auf so ein LKW passt. Und das mit ganz wenigen Schritten, das war, fand ich, mit ein Highlight schon. Aber die anderen fand ich auch cool. Und jetzt bin ich sehr gespannt auf das, was hier passiert. Die alle Minifiguren, wenn ich das richtig sehe zumindest, befinden sich in Tüte 1 plus ein bisschen Gerödel. Und ab dann wird dann, ja, die Achterbahn gebaut. Als letztes kommt dann der Aufzug dazu. Und ja, das dürfte sich ein bisschen hinziehen. Bei knapp 4.000 Teilen schätze ich mal so 8 Stunden Bauzeit. Es sind viele große Teile. Das habe ich jetzt am Anfang des Bauen schon gemerkt. Das geht natürlich erst mal zügig. Und irgendwie fragt man sich trotzdem bei dem Modell, wo sind die alle bei den großen Teilen? Aber das wird sich schon irgendwie ausgehen, wie der, ich glaube, südlich von Kiel beheimerte Zuschauer sagen würde. Da sehen wir, wie der Aufzug hochgeht, wie da gedreht wird. Und am Ende der Anleitung finden wir nicht nur das fertige Modell, sondern auch nochmal Tipps. Und da werde ich dann im vollständigen Review natürlich auch nochmal drauf eingehen, wie das motorisiert wird. Da steht auch noch was von der App. Also bei der alten Achterbahn gab es dann ja noch so Jahrmarktsgeräusche, beziehungsweise auch bei dem Falltum. Da war es aber auch notwendig, die App zu haben, weil das bei Powered Up zu dem Zeitpunkt noch nicht diese Batteriebox gab. Aber naja, wir schauen mal, was es da gibt. Und hier sahen wir gerade eben, wie man es tragen soll. Bitte unten anfassen und nicht nur oben. Ja, das ist gut, dass das da nochmal erwähnt wird. So, viele Teile, Harren des Bauens. Und ich habe heute Abend auch gleich schon angefangen. Und da gucken wir jetzt mal so ein bisschen in die ersten Bauschritte. Minifiguren kann ich noch nicht zeigen, weil das habe ich meinem Sohn versprochen, dass er die morgen früh bauen darf. Deswegen sind die noch in der Tüte. Aber das ist sozusagen das, was nach Bauschritt Tüte 2 dann gebaut wird. Eins sind nur Kleinkram, sehen wir gleich noch. Das ist zwei. Außer, dass dies blaue. Das ist schon aus Tüte 3. Jetzt aus Tüte 1 nochmal. Da haben wir hier zum Beispiel diesen Brezelwagen, wo wir sehen, ja, die Brezeln sind auch im Legoland, beziehungsweise im Lego World, teuer. Sieben. Das war früher, glaube ich, auch mal billiger. Genauso die Hot Dogs. Das sind keine Ikea-Preise, sage ich mal so. Dafür aber schön, wie sie da auftrapiert sind und schon die Brote auch daneben sind. Noch eine Zange daneben und dann auch eben dieser Hot Dog Wagen, wie ein Hot Dog aussieht. Man beachte die Wurst, die links und rechts so aussieht zumindest, als wenn sie rausgucken würde. Was haben wir hier noch? Ein Luftballon Wagen. Hier mit so einem Lastenrad Art. Da sind die Ballons vorne und hinten in verschiedenen Farben. Ja, also, ja, so ein Rad hatten wir allerdings, glaube ich, auch schon. Ganz lustig finde ich auch diesen Ballonhündchen da. Und das sind die Wagen, die drei, die dann nachher durch die Achterbahn fahren werden. Das sind die ursprünglichen Wagen, so wie wir sie auch schon bei der alten Achterbahn und bei anderen Fahrgeschäften jetzt ja auch schon hatten. Das rollt schön und das hat sich nicht geändert. Und das ist auch gut so. Dann sehen wir hier noch das Eichhörnchen, das vor dem Schild steht. Aufkleber. Da ist immerhin auf dem Schild jetzt auch unsere Achterbahn drauf, wie auch das Haunted House und das Riesenrad, was da mit abgebildet ist. Hinten ist dieses allerdings etwas dröge. Ja, und dann gucken wir noch mal auf das Gesamtmodell gleich. Hier sehen wir noch mal zum Beispiel hier diese leicht verwirbelten Schienen gegenüber den anderen Kurven. Die sind da oben, die so ein bisschen mehr zackiger da die Streben drin haben. Das kann ich mich nicht erinnern, dass es die schon gab. Zumindest weiß ich nicht. Das werden nachher nachher Toolteile des Loopings werden. Es gibt auch was Kleines. Dann gibt es auch noch wieder welche, die so huppelmäßig fahren. Also sind einige Arten von Schienen dabei. Ja, das wären dann die Minifiguren. Ich erwähnte schon, das dauert noch ein bisschen, die zu bauen. 11 Minifiguren sind es insgesamt übrigens. Ja, und unter dem strengen Blick eines Holstein Kiel Jahres-Zurückblicks-Heftes lassen wir mal die erste Bahn fahren. So, die ersten Schienen sind gesetzt. Hier nach Baugruppe 3. Und ja, da kann man sagen, da fehlt noch was. Und da sollte erst mal noch was kommen. So, gut, dass wir noch keine Minifiguren reingesetzt haben. Wir gucken mal, wie es auf der anderen Seite rutscht. Und ja, komm, um die Ecke. Und ja, gleiches Problem. Nun ja, irgendwas ist ja immer. Insbesondere ist es noch nicht fertig. Aber man kriegt immerhin schon mal so einen Eindruck, ja, von den Farben. Das war auf den Bildern natürlich auch schon zu sehen. Mit dem Blau, diesem Orangeton. Ich persönlich finde das ja schön. Aber andere fanden ja die alten Farben interessanter. Gut, dann kommen wir jetzt noch zu Tüte 4. Da kommt eine ganze Menge mehr an Untergrund dazu. Also ein ganz großer Teil. Das ist der linke Teil. Da links, da sahen wir schon, da kommt dann nämlich nachher der Aufzug hin. Hier sehen wir ein bisschen was vom Weg. Das ist was braunes dann. Das war ja bei der alten Achterbahn auch schon so, dass man da so einen kleinen Weg mitten reingesetzt hat. Das ist ja auch der Fall. Das ist da sogar mit so einer Rampe davor. Da wird noch irgendwas reingeklickt. Hier müssen wir jetzt noch mal einen Wagen bergen. Der ist noch von einem Versuch, der für meinen Sohn erfolgte, da drin gelandet. Jo, aber das war es dann erstmal mit dem ersten Eindruck. Jetzt wird gebaut. Vielen Dank an Lego nochmal, dass ich das hier vorab schon mal zeigen konnte. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder mit dem Review. Bis denn und tschüss!